Die hatten wohl was größeres vor Ist das Rinko? Warte, hier ist noch jemand Ich habe sie im Krankenhaus gesehen Sie gehört zu den Besuchern Ich wusste, dass sie nicht echt ist Sie müssen Rinko geschnappt haben, als sie Edeka gesucht hat Sie haben sich wohl gemeinsam um die Katzen gekümmert Dann ist die Katze jetzt wohl aus dem Sack, hm? Könnte man sein Gut, dann hat die ganze Heimlichtuerei auch mal ein Ende Ich lasse euch einfach hier drin Was? Sie ist weg Sie kann nicht weit sein Finde sie Hey Kay, ich halte sie zurück Schnapp sie dir Rinko? Mann, du hast es vermasselt Ja, ja, ich mach's wieder gut Jetzt schnell Okay, ich mach's wieder hin Oh, was eine kommende Das war's. 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 Aber wir können zumindest wieder gemeinsam kämpfen, oder? Das war's. 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 Was ist denn jetzt los? Das war's. 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 Los, finde sie!